Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach, nö! Wie kämpft man am besten gegen so einen Tag? Maschinen sind oft starke Panzer, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmärkten. Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ha! Das stinkt wirklich, Sir, war ein Gott! Du sollst ja auch Masi benutzen. Ich hab dem Braten nicht getraut. Überlass das Denken mal mir und kämpf lieber. Hast du dich wohl überschätzt, was? Kind! Ich übernehme das mal besser. Hey! Willst du dich nicht mal bei deinem Retter bedanken? Wer hätte das gedacht? Es klappt tatsächlich! Was hast du erwartet? Ist das alles? Mit kleiner Heilkorb, ich bin wieder ganz der Alte. Für den Planeten nehme ich mit allem auf. Hör auf mich zu treten, du Mistfie. Das tut weh! Was ist denn das schon wieder? Eine Barriere? Seit wann setzen die denn sowas ein? Tch! Ich wohl bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Weißt du's besser? Das ist ein Wurzeln. Von vorn bringt es nichts. Mist, nicht ein Kratzer. Sag mal, ist der unverwundbar? Jedes System hat seine Schwäche. Dann find sie verdammt nochmal raus! Okay. Ich brauche eine Heilung. Alles ab. Der Kern. Wir greifen von hinten an. Dann zeig mal, was ein Soldat so kann! Jeder hat eine Schwäche. Mist. Geh hin! Ich sollte meine Runden besser schnell behandeln. Das war's dann. Okay. Dann wollen wir mal. Gern noch ohne. Wie schmeckt dir das? Tja! Heilen und dann von vorn. Ich sollte meine Runden besser schnell behandeln. Das ist vorbei! Es ist vorbei! Jeder hat eine Schwäche. Ich brauche eine Heilung. Ich sollte meine Hunden besser schnell behandeln. Jeder hat eine Schwäche. Er greift mit seinem Laser an. Nimm dich in Acht. Geht das auch ein bisschen konkreter? Geh hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall von Tal treffen. Jetzt ist er verwundbar. Zum Angriff! Lange halte ich das nicht. Mit kleiner Hellkorn, ich bin wieder ganz der Alte. Geht das nicht. Geht das nicht. Hey, wer versucht's noch mal? Nutzt die Trümmer als Deckung. Tja, hat der keinen Bock für Nahkampf? Das ist ne Einladung und ich nehm' sie ab. Das kommt weg. Kann der uns nicht mal ne Pause können? Schon wieder der dämliche Laser. Maschinen lassen erst locker, wenn das Ziel tot ist. Das gilt auch für mich. Nur damit das klar ist, du nerviges Stacheltier. Jetzt oder nie, das ist unsere Chance, Mann! Ist ja die reinste Schwerstarbeit! Was, schon wieder? Sind wir hier etwa in der Zeitschleife gefangen? Willkommen in der Welt der Algorithmen. Langsam wird's echt alt. Das ist ne Einladung und ich nehm' sie ab. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Gebt er dir niemals den Geist auf! Ich bin's. Und ich bin's. Ja, ich bin's. Gibt er dir niemals den Geist auf! Hey, mit dem Ding stimmt etwas nicht. Er repariert sich. Schnell, wir müssen ihn vorher ausschalten. Ha, das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Wenn er am Boden liegt, kriegt er Saures. Ha, ha, kann's kaum erwarten. Einmal frei Haus! Das zweite Bein ist auch hinüber. Jetzt gibt's noch fette Drahtfrügel. Ich komm nicht dran! Detonation in 20 Minuten. Ha! Geht doch! Dieser Skorpion hat echten Orden verdient! Los! Raus hier! Wedge hat den Fluchtweg gesichert! Raus hier! Schnell! Rettung! Herr! Wartung! Wartung! Gah! Yeahhh! C- Gah! 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 Ach, das noch. Ach, das ist okay. Woher sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Passt was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jessie auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrick führen. Hier geht's zum Ausgang. Nein, beeil dich! Worauf wartest du denn Klaus? Mach hin! Vereil dich, schneller! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht drehe, werd ich so nervös! Mach doch, was du willst. Ja! Barrett! Geh schon mal vor, Jessie! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Mach dir um mich keine Sorgen! Habt ihr Soldat-Geleitsschutz? Ex-Soldat. Da sind sie! Beste! Beste! Ihr knallt's gleich! Auf dem Weg! Barrett! Reden bringt hier nichts! Ah! Wir müssen uns weiter! Ahja! Ah! Ah! Hau rein! Wir haben da warten auf uns! Wir sollten uns etwas beeilen! Mist! Da ist noch so'n Schrottkasten aufgemacht! Wir müssen nicht ins Zimmer gehen heute noch plateau im Schlaf. Das war's doch! Miya! Ah! Miya! Ha! Das war's dann! Ah! 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 Säge! Ah! Hau! Magruder! Ja! Hiyah! Gang! Verzieh dich! 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 Okay. 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 Wirst sie überstürzen? Jetzt hab ich ihr das an. Und Schuss! Das hätte ich auch mal eingeschafft. Ja, klar. Ja, klar. Sir! Jetzt marschon, marschon, marschon! Huh? Und... Sesam, öte! Hey! Worauf warst du? Wer sind wir hier raus? Ah! Geht's denn? Glaub mir, ich würd's dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fass ich mal als Ja auf. Ah! 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 Cloud! Wow! Das war cool! Los, weiter! Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017